Musik Heute dritte Diskussion im Zuge unserer Reihe European Green Deal zum Thema Landwirtschaft. Landwirtschaft ist aktueller denn je. Wir merken das gerade eben auch wegen des Ukraine-Krieges, wenn wir eben im Sinne der Ernährungssicherheit darauf Wert legen müssen, wieder mehr regional zu produzieren. Da passt es auch nicht dazu, dass wir Flächen stilllegen, sondern wir müssen alles nutzen, um hier auch zu produzieren. Dabei ist es aber für den Verbraucher und die Verbraucherinnen enorm wichtig zu wissen, was heißt es, woher kommt mein Lebensmittel. Deswegen braucht es auf europäischer Ebene entsprechende Herkunftskennzeichnung und auch zur Haltung, weil auch diese Information für viele Verbraucher wichtig ist. Musik 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 Musik